Stell dir vor, eure Teamsitzungen würden sich so anfühlen, als säßet ihr gemeinsam an einem schönen, warmen, prasselnden Feuer. Wenn jemand vorbeigeht, merkt er die unsichtbare Verbindung zwischen euch. Stell dir vor, ihr könntet genau wissen, was der nächste Schritt für euch als Team ist. Ihr hättet eure Ziele richtig greifbar und würdet Hand in Hand darauf zuarbeiten. Stell dir vor, eure Teamsitzungen wären das Highlight der Woche. Kommt zum Online-Workshop Teamsitzungen effizient gestalten. Und wir gehen den drei Ebenen nach. Zum einen wissen, was macht erfolgreiche Teamsitzungen aus. Zum anderen praktische Beispiele. Und zum dritten, die dann auf deine individuelle Situation übertragen. Und wir werden auch noch Spaß dabei haben. Das kann ich dir versprechen. Ich freue mich auf dich. Deine Sandra